Musik 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 Ach, hau doch ab, Scherivjew! Äh, können wir das, können wir das rausschneiden? Hey Leute! In diesem persönlichen Video geht es um die Organisation des Channels und bla bla bla. Aber als erstes Möchte ich mich für 100 Abonnenten bedanken? Danke! Danke für so viele positive Kommentare, für Meinungen, für konstruktive Kritik. Ihr seid die ersten 100 Abonnenten, die dabei sind. Vielen Dank für jede Unterstützung. Jetzt aber was zur Organisation. Ich werde pro Woche ein Sitcom-Video hochladen, sprich eine Folge. Wenn ich Zeit, Lust und Ideen habe, gibt es auch noch ein persönliches Video, wie dieses hier. Und Schmink-Tutorials. Ja, ja, vielleicht auch das. Das bedeutet, ein bis zwei Videos pro Woche. Und warum mache ich immer mit dem Finger so? Zwei bis drei Leute von euch fanden die Sitcom-Lachen ein bisschen... sinnlos. Sorry, ist eben eine Sitcom. Damit müsst ihr leben. Also ich versuche noch nach dem optimalen Mischungsverhältnis zu suchen. Beziehungsweise das zu erarbeiten. Aber hey, jeder fängt mal klein an, oder? Irgendwann finde ich schon die richtige Anzahl an Lachen pro Video. Und nun möchte ich ein paar Fragen beantworten. Text, hast du da einen Virtual Boy? Haha, ich spiele mit einem unsichtbaren Controller, weil ich meinen nicht mehr finde. Beantwortet das vielleicht deine Frage? Ist das eine direkte Aufnahme, oder sind die Tonspuren nachsynchronisiert? Los, Pikachu! Flammenwurf! Ne, was habe ich da nochmal gesagt? Interessante Frage. Es sind direkte Aufnahmen. Eine Frage, die viele gestellt haben. Schmeckt Nutella-Salami? Davon bekommt man Blähungen. Ist man voller Ernst. Zum Schluss noch ein paar Channel-Kommentare, die mir sehr gefallen haben. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Bitte abonniert, kommentiert und favorisiert. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und bis dann! Alter Mann, siehst du mich nicht oder was? Ey du, ich mach dir ein Angebot. Willst du Gras kaufen?